Salizeme, ich heiße Michael, ich komme aus dem Kanton Solothurn, ich bin ursprünglich aus der Slowakei. Die Begrenzungsinitiative will, dass die Schweiz die Zuwanderung wieder eigenständig regeln darf, so wie die allermeisten der 194 Länder der Erde. Ich bin selbst ein Ausländer, in die Schweiz emigriert und ich bin für eine Begrenzungsinitiative. Warum? Weil ich in die Schweiz gekommen bin, weil ich an die Schweiz glaube. Und ich will nicht, dass die Schweiz jetzt plötzlich kaputt geht. Ja zur Begrenzungsinitiative, um unsere Natur, unsere Jugend, unsere KMUs und unsere Arbeitnehmenden zu schützen.